Weiter geht es mit einer dämmernden Folge Dying Light 2. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir das C4 aufgesammelt, was wieder gestohlen wurde von den PKs. Die haben hier alles durchsucht, auch den Wasserturm. Um zu wissen, was da passiert ist, guckt auf jeden Fall mal die letzte Folge an. Jedenfalls haben wir jetzt das C4 zurückgebracht und laufen jetzt weiter, um neues C4 zu finden. Bei Kilian, genau. Bei Kilian, dem Freund von Harkon. Das wäre der etwas Dickere, bei dem wir übernachtet haben. Der uns aufgemacht hat, der einzig Coole, der uns aufgemacht hat. Ich finde, der hat ein bisschen was von Gronkh. Der ist auch so ruhig. Kilian ist auch so ein ruhiger Mensch, ruhiger Charakter. Genauso wie der Gregor Gronkh. So. Na, Gronkh. Gronkh, mach auf. Mensch, nimmt der schon wieder gerade eine Folge auf, oder was? Warum kommen wir denn bei dem nicht rein? Bist du da? Hallo? Kilian. Gronkhchen. Machst du auf? Machst du eine Minecraft-Folge? Dann lasse ich dich in Ruhe. Sonst komme ich einfach rein, ja? So. Mensch, Gregor, mach doch auf. Ich nehme das mal, ja? Ich hoffe, der macht halt nichts aus. Ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht chillt er auf dem Dach, besäuft sich. Der gute Kilian? Da ist Harkon. Damals dachten wohl alle, die Freundschaft ginge nie kaputt. Tja. Wer hätte gedacht, dass sich die Welt auch so ändert. Alberto? Ich hab den Dünger. Hier ist Vincenzo. Vincenzo? Kann dich kaum hören. Die PKs. Sie haben hier alles durchsucht. Kann jetzt nicht. Der Verräter. Er hat uns alle verkauft. Aiden. Papa ist schon vor zum Windrad. Triff ihn da. Ich komme, sobald ich kann. Sorg dafür, dass Papa den Dünger bekommt. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Beil dich. Ich sage ständig, Alter, das wird auch gelaufen. Okay, der alte Mann ist schon vorgelaufen. Sie sind mir auf den Fersen. Da ist das Windrad. Die nächste Patrouille. Du musst das ohne mich machen. Geh zu meinem Papa. Ich verfolge das Ganze über Funk. Dein Papa und ich? Hältst du das für eine gute Idee? Uns bleibt keine andere Wahl, Aiden. Mach. Bitte. Ich mach ja schon. So gut es geht, Junge. Der Plan bedeutet meinem Vater alles. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber Papa ist ein wenig unbeholfen und erhält nicht den Respekt, der ihm gebührt. Das ist die Chance. Karl und Sophie und allen im Bazar zu beweisen, dass sie falsch lagen. Ihnen zu zeigen, was Papa kann. Was er drauf hat. Danach ist er der Held des Bazars. Er wollte schon immer so was Großes machen. Tja, genau das macht mir Angst. Ich bin über 5 bei euch. Hallo? Vincenzo? Hallo? Aiden? Stand. Vincenzo, ich höre dich nicht. Da stimmt das nicht. Du musst. Was? Was muss ich? Das geht raus. Er stimmt. Er stimmt. Ist ja gut, Junge. Ich habe es ja verstanden. Ich muss zum Windrad und es kaputt machen. Auch eigentlich ziemlich blöd, ne? Ich meine, dieses riesige Windrad sorgt bestimmt für extrem viel Elektrizität und Energie. Und wir machen es kaputt. Können wir die Leute nicht einfach alle abschlachten? Wäre genauso. Nur hätten wir Energie dann noch. Naja, egal. Guck mal, was der Alte sagt. Bist du sicher, dass du das kannst? Klar doch. Und wenn nicht? Na, dann kann ich ja immer noch Vincenzo fragen. Das Windrad stört das Signal zu stark. Der Funk funktioniert nicht. Ah, ja. Da wird mir schon noch was einfallen. Ist ja kinderleicht. Äh, ist's sicher? Er hat mir alles erklärt. Entspann dich. Wir packen das. Du und ich, wir packen das. Wird schon, äh, klappen. Wie ich schon sagte. Kinderleicht. Die Bomben sind bereit. Du bist dran. Nimm die Bomben und bring sie an Vincenzo's Markierungen an. Bomben platzieren. Ah, was soll da schief gehen? Kinderleicht. Hä? Yep, so ist es. Ja, gut. Ja, gut. Kinderleicht. Kann ich gut. Kinderleicht. Ich denke mal, durch den Haupteingang wäre ein bisschen blöde, ne? Wir versuchen es mal hier übers Rohr. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ja. Nein. Mr. Peacekeeper? Bin ich im falschen Gebiet? Scheiße, wo ist der jetzt? Ich kann die scannen. Alles gut, Junge, alles gut. Nein. Doch, doch, komm ich. Wetten? Erkischt? Ja, die nehm ich mit. Peacekeeper ausrauben. Spezialgebiet. Ja. Schlösser knacken. Kein Spezialgebiet. Das ist der feine Unterschied. Asporfin. Immer gut. Ich weiß gar nicht, gibt es Asporfin wirklich? Ich hab's noch nie gegoogelt. Okay. Okay, ich schlacht euch ab. Ist ja gut. Nein. Blöder Sack. Tja. Falsch, Junge. Oh, ihr gebt nicht so viel Asche. Ihr seid nicht so mit Barschaft gesegnet. Wo ist denn die andere Leiche? Ah, hier. Okay, hier drauf kommen also. Man hätte das auch bestimmt self machen können, aber nee. Das wär zu einfach. Leitern sind was für Loser Deswegen heißen sie Leitern Loserleitern Und du bist sicher, ja Dass das alles vernünftig in die Luft gesprengt wird Naja Kann ich hier weiter hoch? Nee, ne Nee, ich muss glaube ich anders Irgendwie lang Guck mal, hier gibt es noch ein bisschen Loot Ah, daneben auch noch Konnte ja gar nicht abwarten Das hier nehmen wir auch noch mit Okay, wie komme ich jetzt hier hoch? Ist schon sehr verwinkelt hier, ne? Spring mal hoch, Aiden Ja, genau so Jetzt Yes Geil Gibt da bestimmt noch irgendwie einen anderen Weg Aber wie geht den hier? Ich glaube nämlich nicht, dass das so gewollt ist Ja Boah, krass Der kriegt echt alles hin, ne? Gut, das war's Oh nein Nein Ah Haben wir Hemmstoffbehälter hier? Hier unten drin, oder was? Gut Ist erledigt Kinderspiel, hat's recht Ey, nicht schlafen Die Sprengsätze sind am Platz Zeit für das Feuerwerk Möchtest du das machen? Ach, weißt du was? Es war dein Plan Es war so wichtig für dich Ich weiß, wie viel dir das bedeutet Ich werde die Störung mit das Windrad auszuschaffen Tja, das hat wohl nicht geklappt Das Windrad steht noch Der Rotor dreht sich ja noch Schau Vincenzos Berechnungen Die stimmen nicht Das hab ich ihm nun repariert Das muss hinhauen Mann Alter Mann Ja, ich weiß Nein, deine Schuld Du warst dumm Oh, drei Dietriche Na komm, während du das reparierst Gönne ich mir hier nochmal ein paar Drogen Boah, geil Dreier Was machst du? Eine scharfe Bombe? Bevor die PKs anrücken Gebe ich dir eine scharfe Eine scharfe Fernzündung ist zu unsicher Wegen der Funkstörungen Was jetzt? Die hier jagt garantiert Das komplette Windrad in die Luft Wie viel Zeit hab ich? Mal sehen Die geht jeden Moment hoch Lauf! Und, äh, wo soll sie hin? Wohin? Du musst zurück Äh, und? Äh, tu sie auf Äh, platzier sie auf Äh, die muss auf Auf den Generator Den Generator Sockel des Rads Wohin, verdammt Soll ich sie in den Fluss schmeißen? Nicht fluchen Was bist du denn so nervös? Ja, Generator An den Generator Nein, bloß nicht Okay, äh Sie muss an den Rotor Da oben Du musst hochklettern Ganz nach oben? Im Ernst jetzt? Die Bombe tickt Eden Meinst du wirklich? Jetzt wäre die Zeit für Scherze What the fuck? Was? Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich muss bis nach ganz oben laufen Bist du krank, Alberto? Willst du mich umbringen? Komm schon, ey, Junge Okay, wenigstens müssen wir das nicht nochmal machen Okay, wo sind wir jetzt? Okay, wir müssen hier komplett hoch Was? Wie komme ich denn hier hoch? Ans Windrad springen? What? Okay Oh mein Gott Eine Minute 40 noch Alter Auch wieder da dran? Okay Wow Und hoch mit dir Okay, das ging ja eigentlich schon mal ganz gut, ne? Wieder dran Wieder dran Jetzt ruhig Wir haben Zeit Eine Minute haben wir noch Eine Minute haben wir noch Wow Boah, voll erschreckt Scheiße Wohin denn noch? Mann Ist ja nicht mal gut Okay Okay Haben wir Lauf, Aiden Spring Oh oh Du kannst von Glück reden Dass wir Wasser hatten Oh 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 Hallo Hallo Äh, Alberto Pikas Bin unterwegs Alberto Dieser dreckigen Bastarde Was habt ihr mit ihm gemacht? Ihr Mistfischer Ja Wir haben es geschafft Ja Das Nenn ich mal Eine Bombe Meine Bombe Du Du Hast sie echt Toll erwischt Wir Wir haben sie herrlich erwischt Ohne dich würde das Windrad noch stehen Fast so schön wie das Feuerwerk 1900 Ach, ich bin alt Und du wirst auch noch älter werden Hör bloß auf, Aiden So verwirrt bin ich nun auch nicht Danke für deine Hilfe Ich weiß, was alle über mich denken Klar weiß ich das Sag allen, dass wir das nur wegen Vincenzo geschafft haben Okay Und alles dank dir, Alberto Nein Vincenzo gebührt der Dank Okay Sie lachen ihn aus Meinetwegen Aber nun, da wir das hier geschafft haben Werden sie nicht mehr lachen Verstehst du Sein alter Herr ist Keine Keine Witzfigur mehr Hat die Peacekeeper zum Rückzug gezwungen Sag allen, dass er es war Versprich es mir Okay Mach ich Und sag ihm Bitte Sag ihm Ja, ja Wird gemacht Sag ihm Wie stolz ich bin Das habe ich ihm noch nie gesagt So, ich bin stolz auf dich Sag ich ihm Versprochen Oh nein Eine weitere Leiche Hey Nettes Feuerwerk Und jetzt jagen wir diesen Puff in die Luft Nein Es gibt da was, um das ich mich vorher kümmern muss Du kapierst das nicht Wir dürfen keine Zeit verschwenden So Jetzt können wir ins Stadtzentrum Weil alle abgelenkt sind Ich habe Alberto versprochen seinem Sohn was auszurichten Willst du deinen Job erledigen Willst du deinen Job erledigen oder lieber den Postboten spielen Es gibt schlechte Nachrichten Harkon Alberto ist tot Aha Aber die U-Bahn-Tunnel sind leer Eine bessere Gelegenheit gibt es vielleicht nicht Bist du sicher? Wir haben es ihm versprochen Ja Der arme alte Mann Wir Halten unser Versprechen Ich muss Vincenzo finden Harkon Das habe ich versprochen Du bist also ein Postbote Beheil dich Erinnerst du dich an Sarah und Jana Wenn du fertig bist Treffen wir uns bei ihnen Falls du da noch lebst Wir müssen es ihm sagen Aber es war dann auch nicht so ganz richtig von ihm Oder? Oder sein Sohn ist einfach nur Wirklich ein Stück Müll Was ich aber nicht glaube Er versucht es ja wirklich Und Alberto hat seinem Sohn noch nie gesagt Dass er stolz auf ihn war Scheiße Deprimierend Wenn die Musik nur nicht so geil wäre Ja komm Geht down Junge Scheiße Schon wieder jemand verloren Ich habe Alberto gemocht Ja War ein Genie Mein Gott verdammtes Genie Okay Zombies drehen wieder durch Blödes Zombie Vieh Nein Du Bist Böse Böse Weg mit dir Dich habe ich auch noch getroffen Bleib doch Liegen Junge Gott Zombies wollen mir hart an die Nudel Ne Jetzt aber auch gut Jetzt ist gut Ich habe keine Zeit zum Spielen Schon wieder jemand der Hilfe braucht Ich habe keine Zeit Es tut mir leid Ich habe keine Zeit Oh mein Gott Gut gemacht Aiden Profi Kommt her Kommt her Ich bin alle nass hier Okay Die kommen unendlich auf Aber sie geben so leckeren Loot Gut war es das Jetzt fertig Okay Die wollen es echt wissen Uff Jetzt habe ich mich wieder erschreckt Okay wir hauen mal ab Wir haben genug gelootet Autsch Und gleich ist nämlich Böse Zeit Und um die Zeit will ich nicht draußen sein Oh oh Schattenjäger Zeit Scheiße Da ist er Das Biest vom Dienst Ja Junge Wie sollen wir den töten Sollen wir versuchen ihn zu töten Die Schattenjäger Tötung Boah der ist sauer Komm schon geht drauf Das war's Ich habe echt gedacht Hier kommt jetzt Ein Schattenjäger Den wir können töten können Okay Haben wir aber Gut aufgeräumt Oder Mal gut aufgeräumt Geil Damit können wir bestimmt Noch ein paar Upgrades machen Und wir kriegen Einen vierfachen Bonus Bei Nacht Auch nicht schlecht Karl war es Also der sie verraten hat Karl du Mistschwein Was macht ihr denn hier Richtig Du sagst es Alter Einfach in der Mitte Übergeplatzt Hey Mit bisschen Stil Ihr müsst gestalten Gut Brennt ihr erstmal Ja ist geil oder Wer schlägt mich tot Hä So Ach du stehst ja immer noch Das war einfach Was ist das jetzt mit den P-Ks Soll ich euch hier hinten auch noch umbringen oder Und die Situation zwischen den Abtrünnigen und den P-Ks Nennt sich eine P-Situation Bewege dich Bürger Bürger Okay und jetzt Was ist denn hier Leute Kann ich euch nicht befreien Warte mal Ist das hier ein Bug Okay Das war's dann wohl Alles erledigt Große Gegenwehr gab's daher nicht Weil es Feiglinge sind Wusste ich's doch Was ist mit den Gefangenen Werden den Kerker Kannst du auch vorher gern noch drüber rutschen Hey Da ist Chops Sie haben Chops gekillt? Sieht ganz so aus Aber nur ihn bleib ich Das müssen wir allersen sagen Aber wo ist sie? Müsste längst hier sein Ich geh sie suchen Okay ich glaub das war jetzt nicht so gewollt Okay Du bist tot Du bist auch tot Muss ich euch jetzt hier hinten Auch nochmal alle töten? Euch hab ich ja schon alle getötet Ne? Ja die sind weg Okay Kleiner Bug Erst töten Dann erst reingehen und belauschen Alles klar Immer wenn es die eine Ecke nicht ist Ist es die andere Ecke Ihr seid frei Ich dachte es sei vorbei Mann Ich kann nicht glauben Dass Karl uns verraten hat Mensch Pilger Zuerst dachte ich Du hättest uns verraten Aber Karl Wenn er nicht gewesen wäre Hätten die Peacekeeper uns nicht angegriffen Und direkt nach der Explosion Ist er abgehauen Auf der oberen Etage sind doch Okay Ich kümmere mich drum Lauf Auf der oberen Etage sagst du Dann räumen wir da oben auch nochmal schnell auf Ich hoffe den Kindern geht es gut Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen Hier wurden sie noch eingeschlossen Hey Aiden Habt keine Angst Es ist jetzt sicher Danke Hey Sophie Wo ist Vincenzo? Aiden Pass auf Aiden Aiden Hör mich bestens für dich bezahlen Fuck Fuck Der Typ war es nicht mal wert angepisst zu werden Steh auf eben Danke Mann Jetzt sind wir quitt Es ist noch nicht vorbei Aiden Aiden Warum sollte er das tun Läuft doch alles für uns Du bist dümmer als ich dachte Komm runter und kämpfe Und hör auf deine Barzau Freunde als menschliche Schilder einzusetzen Aiden Nein Was denn sie will Krieg Oh Lady Sie sieht ganz schlecht aus Ganz schlecht Aiden Es gibt Meldungen dass sich Athos Leute zurückziehen Der Plan ging auf Wir haben das Licht ausgemacht Und die Infizierten haben sie in Stücke gerissen Ohne Licht haben sie keine Chance Aether hat seine Männer abgezogen Sie sind in den U-Bahn-Tunneln So kommen wir nicht in Stadtzentrum Karl hat uns hintergangen Er ist zu den Peacekeepers gegangen und hat sie gewarnt Er behauptet, er wolle ein Blutvergießen verhindern Hat es aber nur noch schlimmer gemacht Jetzt aber leite ich den Bazar Und ich verspreche Dass wir Aether besiegen werden Und ich werde dich zum Zentralring bringen Sophie schmeißt den Bazar Für Sophie Hey Wie viele PKs braucht man um ein Hemd zu bügeln? Keinen Weil die viel zu tot zu bügeln sind Alberto ist tot Aiden, du alter Stimmungskiller Ja Wirklich? Er starb beim Sprengen des Windrads Wie ist es passiert? Wir haben Vincenzos Plan umgesetzt Aber dann Musste Alberto Vincenzo ersetzen Er opferte sich, um das Windrad zu sprengen Leg mich am Arsch Auf Alberto! Auf Alberto! Und? Wo ist Vincenzo? Draußen Zieh dich um Alter, wenn wir jetzt Zur Stadtmitte gelaufen Wäre hier alles kaputt gegangen, oder? Dann hätten die den Laden ja geschmissen, oder nicht? Gut, Leute Wir sehen uns in der nächsten Folge Ich hoffe, euch hat es gefallen Und dann sehen wir uns in der nächsten düsteren Folge wieder Bis dahin Haut rein Macht's gut Good night And good luck Outro Untertitelung des ZDF, 2020